Das ist doch was hier aber ansprechen, Bruder. Ey, Walda, Bruder. Ich komme zum Dürnermann, okay? Oh, cool, Mann. Danke dir. Weißt du das? Ey, Walda, Bruder. Weißt du, ich war auf dem Weg zum Dürnermann, aber da war dieser geile China-Imbiss und die Nudeln sahen so gut aus, habe ich Bock auf Nudeln bekommen. Okay, alles klar. Ey, Walda, Bruder, weißt du, ich war bei diesem China-Imbiss und die Zutaten, die sahen nicht so ganz so frisch aus, weißt du, und da habe ich gedacht, isst du doch mal doch einen Döner, so, weißt du. Ey, für die Nudelbox habe ich schon gezeigt gehabt. Ja, okay. An deiner Stelle würde ich die Würstfosten nicht essen. Was ist denn jetzt schon wieder? Ey, Bruder. Ich vertrag den Döner irgendwie nicht so gut. Lade ich was von deinen Nudeln? Nein. Ich will doch nur was von deinen Nudeln. Niemals. Okay, jetzt mache ich jetzt. War da schon alles? Wir müssen uns jetzt wirklich wegen Essen streiten. Okay, camera ist set. Und bitte. Oh shit, Junge. Let's go. Let's go. Ja. 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 Das war's.